Stoll Frontlader ist ein Begriff für Qualität, zuverlässige Technik und moderne, innovative, technische Lösungen. Stoll liefert Frontlader für alle marktgängigen Traktoren in Europa und auf der ganzen Welt. Als Frontladerspezialist kann Stoll nicht nur Lader für aktuelle Traktoren liefern, sondern kann auch Kundenwünsche für ältere Baujahre in kurzer Zeit bedienen. Für Traktoren in der Niedrig-PS-Klasse bis hinauf zu 300 PS-Traktoren hat Stoll den optimalen Lader im Programm. Dabei hält Stoll eine große Auswahl an Werkzeugen und Spezialausrüstungen bereit, um den Frontlader auf die speziellen Kundenanforderungen abzustimmen. Der neueste Stoll Frontlader heißt FZ Profi-Line. Hier ist den Stollkonstrukteuren etwas Besonderes gelungen. Der Grundgedanke beruht auf einer mechanischen Parallelführung in Form einer Z-Kinematik. Erfahrene Stollingenieure entwickelten daraufhin einen völlig neuartigen Frontlader. Die Steuerstangen, die üblicherweise oberhalb der Laderarme platziert sind, wurden in den Hohlraum der Laderarme verlegt. Dadurch hat der Traktorfahrer einen freien Blick auf das Ladegut und die Umgebung. Oberhalb der Laderarme entsteht ein Freiraum, wodurch der gesamte Frontlader mehr in den zentralen Schwerpunkt des Traktors verlagert werden kann. So wird die Vorderachsbelastung des Traktors gering gehalten. Von Vorteil ist auch, dass in vielen Fällen die Frontscheibe geöffnet werden kann. Das gibt in jedem Fall freie Sicht nach vorn und ermöglicht entspannte Ladearbeit. An den Innenseiten der Laderarme gibt es keine Hydraulikleitungen mehr. Diese sind jetzt unterhalb der Laderarme platziert. Dort sind sie gut gegen Beschädigungen geschützt, aber gleichzeitig jederzeit für Servicearbeiten schnell und einfach zugänglich. Sicher wird der Lader auf den einfach zu bedienenden Abstellstützen abgestellt. Bekannt für schnellen Anbau und dauerhaft festen Sitz des Laders ist das tausendfach bewährte Stoll-Einfahrladersystem mit der Spannkeilverbindung. Mit wenigen Handgriffen wird der Stoll-Frontlader in kurzer Zeit vom Traktor getrennt. Achten Sie auf die mitlaufende Uhr. Mit dem Trennen der Hydraulikverbindung mit dem Hydro-Fix ist der Lader frei. So einfach geht's mit dem Stoll-Frontlader. Jetzt nur noch mit dem Traktor ausfahren und die Uhr stoppt bei einer Minute und zehn Sekunden. Eine klasse Zeit! Schnell und einfach werden auch die Werkzeuge gewechselt. Entriegelungsbolzen von außen ziehen und das Werkzeug kann abgestellt werden. Bei der Aufnahme wird beim Ankippen das Werkzeug automatisch verriegelt. Hydraulische Werkzeuge mit einem dritten Steuerkreis können mit dem Werkzeug Hydro-Fix schnell gewechselt werden. Ankippwinkel am Boden von 46 Grad und ein Abkippwinkel oben von 59 Grad sind Spitzenwerte. Einzigartig ist die Plus-Funktion. Hierbei kann die Schaufel über den normalen Ankippwinkel von 45 Grad hinaus bis auf 69 Grad beim Anheben weiter nachschöpfen. Hier der Vorteil im praktischen Einsatz beim Getreideladen. Die Schaufel zieht beim Anheben nochmals nach. Das Getreide wird in die Schaufel hineingefördert und es kommt zu keinen Rieselverlusten beim Transport. Weitere Plus-Funktionen sind die Schnellentleerung und die Möglichkeit anzuheben und gleichzeitig zu entleeren. Return to Level ist eine weitere Funktion des FZ-Laders. Hierbei stellt sich die Schaufel beim Absenken automatisch auf das Bodenniveau ein. Gut geschützt liegt der zentrale Hydraulikblock unter einer Schutzverkleidung hinter dem Querrohr. Auch bei der Bedienung des Laders lässt Stoll keine Wünsche offen. Stoll bietet, je nach Traktor- und Kundenwunsch, das Standard-Einhebelsteuergerät mit Bautenzug oder die elektrische Komfortbedienung per Joystick. Transportfahrten mit Frontlader auf unebenen Wirtschaftswegen können Fahrer und Traktor belasten. Angenehm ist die Fahrt mit der Ausrüstung komfortreif. Stoll löst das auf intelligente Weise mit einem Kolbenspeicher, der auch harte Belastungen problemlos verdaut. Dieser ist in das Querrohr integriert. Sanft werden die Stöße des Frontladers abgefangen. Das System ist für die Ladearbeiten abstellbar und ist auch mit elektrischer Bedienung zu haben. Alle Lagerstellen sind mit Verbundstoffbuchsen ausgebuchst. Breite Lagerbuchsen und große Bolzendurchmesser geben dem Frontlader hohe Einsatzsicherheit. Servicearbeiten sind einfach auszuführen, wie das Abschmieren von außen, die Ölkontrolle am Traktor oder die Zugänglichkeit des Luftfilters. Sie sind sicherlich stolz auf Ihren Traktor. Zusammen mit dem Stoll Frontlader ist es ein optimales Arbeitsgespann, das Ihnen hilft, den Alltag und die damit verbundenen Logistikaufgaben zu meistern. Stoll ist der zuverlässige Partner für Sie und ein Garant für den Erfolg Ihres landwirtschaftlichen Betriebes. Entscheiden Sie sich für das Beste. Für Stoll, der Frontlader-Spezialist. Für Stoll, der Frontlader-Spezialist.